Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich sehr aufgeregt, den Abschluss der Daedalus-Trilogie vorzustellen. Der Mann, der nicht sterben wollte. Ja. Es ist ein weltweiter Bestseller. Die Übersetzungen starten zeitgleich im Dezember. Du hast deine Übersetzer in einen Bunker gesperrt und behandelst sie wie Vieh. Hatten Sie eine gute Reise? Ihr Aufenthalt darf keinerlei Spuren hinterlassen. Ihr Vertrauen ist riesig. Für einen zeitgleichen weltweiten Start zu übersetzen, ist in dieser Form eine Premiere. Sie können sich sehr glücklich schätzen. Nach Ihnen. Seit Beginn des Projekts waren drei der Übersetzer oben im Haus und ich denke, dort könnten sie ins Internet gelangt sein. Daedalus ist nicht einfach ein Thriller. Es geht um Reue. Die ersten zehn Seiten von Daedalus Band 3 gehören dir nicht mehr. Fünf Millionen Euro und die Blutung wird gestoppt. Bezahle innerhalb von 24 Stunden oder die nächsten 100 Seiten werden morgen im Netz veröffentlicht. Wir sitzen doch alle bereits im Gefängnis. Entschuldigen Sie, ich dachte bloß, wenn Sie nicht bezahlen, dann sind Sie am Arsch. Niemand wird den vollen Preis für ein Buch bezahlen, das er zur Hälfte bereits gelesen hat. Ich weiß, dass du es bist. Ich weiß es. Ich werde es beweisen. Ihr werdet schon sehen. Was auch immer, tun Sie es jetzt. Das reicht. Das muss jetzt aufhören. Es ist zu spät, Alex. Ich lese es immer wieder. Ich muss wissen, wie Sie es geschafft haben.